Ab wann kann man eine Schwangerschaft sicher testen? Das werde ich sehr häufig in der Praxis gefragt. Mit den gängigen Schwangerschaftstests, die Sie im Drogeriemarkt oder der Apotheke kaufen können, wird der Beta-HCG-Wert, also das Schwangerschaftshormon, im Urin getestet. Und dieses ist ungefähr 14 Tage nach Befruchtung der Eizelle im Urin nachweisbar, also zum Ausbleiben der nächsten Regelblutung. Man sollte idealerweise dafür Morgenurin verwenden, weil dann die Konzentration des Beta-HCGs auf allergrößten ist. Manchmal ist man noch so knapp unter der Nachweisgrenze vom Beta-HCG, deswegen sollte man gegebenenfalls nach ein paar Tagen nochmal wiederholen. Wenn Sie den Beta-HCG-Wert im Blut messen, dann ist das schon etwas eher positiv. Ungefähr sechs bis neun Tage nach der Befruchtung können Sie also mit einer Blutentnahme beim Gynäkologen den Beta-HCG-Wert testen. Im Ultraschall ist eine Schwangerschaft frühestens ab Ende fünfte, sechste Schwangerschaftswoche nachweisbar.